In diesem Video erkläre ich, wie ihr euren NFT-Chip claimen könnt über das Buch. Dazu müsst ihr bitte zuerst eine Wallet installiert haben, wie zum Beispiel MetaMask oder Coinbase oder eine andere NFT-fähige Wallet. Und dann könnt ihr euer Handy auf Seite 104 und 105 auf den Chip legen oder an den Chip halten. Und dann öffnet sich dort ein Hinweis, dass ihr eine Webseite von IYK.app öffnen sollt. Da klickt ihr dann bitte drauf und dann kommt ihr zu einer Seite IYK. Und dort seht ihr dann eine individuelle Darstellung des Tokens und da steht eine Nummer. In diesem Beispiel hier ist es die Nummer 265, aber jedes Buch ist einmalig über den Token nummeriert. Und deswegen steht dort auch immer eine individuelle Nummer. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr da ein bisschen runterscrollen. Und dann seht ihr, dass es dort ungefähr in der Mitte einen Button-Claim gibt. Auf den drückt ihr dann und dann könnt ihr aussuchen, ob ihr das auf eurem Handy claimen wollt oder ob ihr das über eurem Browser machen wollt. Dafür könnt ihr dann die zweite Option auswählen und dann werdet ihr da Schritt durchgeführt. Ich zeige es jetzt hier mal, wie ihr das direkt über euer Handy claimen könnt. Also hierfür müsst ihr bitte einmal eine Wallet, wie ihr hier in dem Bild seht, wie zum Beispiel MetaMask oder Rainbow oder Trust usw. installiert haben. Ich habe jetzt MetaMask installiert, deswegen wähle ich jetzt MetaMask aus und dann öffne ich das auf meinem Handy. Dann geht eine App auf und dann muss ich dort auf Verbinden klicken. Dann springt ihr bitte zurück auf den Browser, wo IYK-App steht und dort werdet ihr dann nochmal aufgefordert, auf Continue zu gehen. Denn hier müsst ihr jetzt einen Smart Contract unterschreiben und den dann auch durchführen und dann kommt ihr wieder zurück. Also zuerst müsst ihr praktisch die Seiten verbinden, dann müsst ihr diese Signatur unterschreiben und dann wird das NFT geclaimt und dann steht da Transaction Successful. Das ist also der allererste Schritt und dann könnt ihr auch auf OpenSea nachschauen, zum Beispiel, ob ihr euch wirklich auch gehört. Also das wird jetzt sehr, sehr sicher sein, denn ihr habt ja über die Wolle dieses NFT geclaimt und damit seid ihr im Besitz des NFTs. Im nächsten Video zeige ich dann einmal, was könnt ihr jetzt mit diesem NFT anfangen, denn jetzt könnt ihr praktisch hingehen und dort den NFT dafür benutzen, dass ihr euch für die Community freischalten lasst.